Musik Herzlich Willkommen meine Damen und Herren im letzten Video des Jahres Dieses Jahr war sehr erfolgreich, wir haben viele Abonnenten dazu bekommen Viele Aufrufe gemacht, viele Videos hochgeladen und der krönende Abschluss ist jetzt mit einem grandiosen Spiel Rocket League So da sind wir Digga, jetzt kann rasiert werden Oh mein Gott Digga, was? Heilige Scheiße, was ist hier los? Ich weiß was los ist, scheiß Epic Games update jetzt gerade irgendwas Nein Scheiße Digga Bruder habe ich den weggemixt Bruder was für Juice WRLD Musik, ich brauche jetzt Motivation und keine Depression Digga Die erste Runde läuft auf jeden Fall grandios hier Ich behinderte meinen T-Mate schon gerade ein bisschen Ich bin gerade ein bisschen aufgestanden, plötzlich klebt das hier in meiner Hand Schau mal aus wie ein Penis Musst du haben, musst du haben Früher war es die Zappel-Philipp-Krankheit, heute an den H.I.S. Schau mal wie gut der ist Kein Problem Scheiße Geiler Pinch, geiler Pinch Digga Bruder wir haben sowas von im Griff gerade Ich sag nie wieder was, ich sag nie wieder was Digga Ich hab den noch zum Explodieren gebracht Digga Und gewonnen Easy peasy Nein Scheiße Digga Bruder gönn doch Ich fass es nicht Ich fass es nicht Digga Komm schon Nein, was machst du denn? Ich war doch da Kein Problem Kein Problem, Bruder Der ist super Flieb verballt Jetzt habe ich der Real Slim Shady auf den Ohren Das heißt, jetzt kann nichts schief gehen Das ist die Graf von Eminem Der einzige Weiße, bis auf mich, der den N-Wort Pass hat Die Nächsten Runden Verlor ich allesamt Wie sollte ich es schaffen Dem Band zu brechen Fragte ich mich Doch dann Kam ich auf die Bahn brechende Idee Die Nächste Di 카� Nein! Du bist es! Hallo, ich bin Standard zu dem Skill und ich habe deinen Penis gegessen, deshalb sind all deine Runden so schlecht. Ich habe deine Mutter gefickt, du Bastard! Ich wusste von Anfang an, dass Standard-Skill dahinter war. Jetzt! Jetzt ist die Runde der Runden! Ich spüre schon den eSport Vertrag! Bruder, ey Jawoll Stark, Digga Das hat so gut ausgesehen Fuck, fuck, fuck Das ist schon mal ein Anfang Ich gebe mich geschlagen, Digga Na ja, trotz all dem, dass so wenig Videos in 2022 kamen Genauso wie in 2021 War auch einer Depression geschuldet in den zwei Jahren jetzt Ich möchte mich trotzdem für den Support bedanken von denen, die noch da sind Es haben mich viele deabonniert in der Zeit Kann man aber auch nur verstehen, wenn man alle drei, vier Monate ein Video rausbringt Ich werde versuchen, dass jetzt in Zukunft wieder etwas mehr Videos kommen Keine Ahnung, einmal im Monat oder sowas Je nachdem, wie ich drauf bin Nehmen seit Juli, Antidepressiva, funktioniert voll gut Und ja, ich habe vieles durchgemacht dieses Jahr Aber das Jahr wurde von einem der schlimmsten für mich Zu einem der besten Wirklich Und deshalb, Leute Wir sehen uns aktiver im Jahr 2023 wieder Tschüss Haut rein, meine lieben TV-Freunde Und dann schauen wir uns hier über Wirklich Und dann sagen wir mal